Mann und Frau, gut und richtig ist. Die Altparteien machen eine Politik gegen eure Interessen. Lasst euch das nicht verbieten. Die Altparteien sind gegen uns, die AfD, weil wir für euch sind. Lasst euch nicht mehr innenführen, lasst euch nicht mehr einschüchtern. Wehrt euch gegen die Altparteien. Wählt am 9. Juni mit allen Stimmen die AfD. Für Frieden, Freiheit, Tradition und Wohlstand. Benzin und Diesel werden immer teurer. Stroh und Heizung werden unbezahlbar. Die Lebensmittelpreise steigen unaufhaltsam. Ukrainer greifen Bürger ab und fahren dann nach Kiew für den Heimaturlaub, während unsere Renten zum Leben nicht mehr reichen. Die Sanktionen gegen Russland schaden uns massiv. Ein Sanierungszwang soll uns in den Ruin treiben. Autos mit Verbrennermotor sind ab 2035 in der EU verboten. Und unsere Kinder werden im Geiste der perversen Regenbogenideologie erzogen. Dafür stehen alle Altparteien. Von CDU, über SPD und FDP, bis zu Linken und Grünen. Wie lange wollt ihr euch das alles noch gefallen lassen? Einzig und allein die AfD mit der Selbstpflicht der Wohlstandsversichtung, der Freiheitsversichtung und der Kriegstreiberei der Altparteien. Wir wollen alle CO2-Abgaben abschaffen. Wir wollen billiges Gas in uns Höhen aus Russland importieren. Wir wollen Frieden und Freundschaft in Russland. Wir wollen Kohle und Asomkraftwerke weiter nutzen. Wir werden niemanden zwingen, sein Haus zu sanieren. Wir wollen alle Asylbewerber, die nicht wirklich verfolgt sind, ausweisen. Wir bringen unseren Kindern bei, dass die normale Familie aus Mann und Frau gut und richtig ist. Die Altparteien machen eine Politik.